Peter Arthur Diamond ist ein für seine Forschungsarbeit in den Bereichen der Arbeitsökonomik und der Suchtheorie bekannter US-amerikanischer Ökonom und emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre am Massachusetts Institute of Technology. 2010 erhielt er gemeinsam mit Dale Mortensen und Christopher Pissarides den Wirtschafts-Nobelpreis für deren Analyse von Märkten mit Suchfriktionen. Ausbildung. Diamond studierte zunächst Mathematik an der Yale University, später Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology, welches ihm 1963 einen Ph. Diet verlieh. Beruflicher Werdegang. Nach seiner Promotion war Diamond bis 1965 Assistenzprofessor an der University of California, Berkeley. 1966 kehrte er an das MIT zurück, wo er bis 1970 Associated Professor war, ehe er 1970 zum Professor befördert wurde, bevor er die John N. Jenny S. MacDonald-Professur und die Paula Samuelson-Professur übertragen bekam. Hiernach nahm er 1997 den Ruf an das MIT als Institute Professor für Volkswirtschaftslehre an, wo er bis zu seiner Emeritierung 2011 wirkte. Diamond ist der Doktorvater von Ben Bernanke. Gastprofessoren führten ihn an das Churchill College der University of Cambridge, an das University College Nairobi, an die Hebräische Universität Jerusalem, an das Snowfield College und das Balliol College der University of Oxford, an die Harvard School of Public Health, der Harvard University, an das Europäische Hochschulinstitut sowie an die Universität Siena. Zudem arbeitet Diamond als Redakteur des Journal of Public Economics und war zuvor redaktionell für das Journal of Economic Theory tätig. Forschung Diamonds Fachgebiete sind die Arbeitsökonomik sowie die Suchtheorie. Gemäß der wirtschaftswissenschaftlichen Publikationsdatenbank Ideas gehört Diamond zu dem obersten Prozent der forschungsstärksten Ökonomen. Auch unter anderen Kriterien, BSPW, Anzahl an Arbeiten, Anzahl an Zietarten und Anzahl an Zeitschriftenseiten, gehört Diamond zu den obersten fünf Prozent der in der Datenbank erfassten Ökonomen. Diamonds meist zitierter Artikel wurde 1980 verfasst und trägt den Titel Aggregate Demand Management in Sir Cheque Vilibrium. In diesem Artikel untersucht er das Gleichgewicht eines einfachen Tauschwirtschaftsmodells mit identischen risikoneutralen Agenten, in welchem Handel mittels stochastischer Paarungsprozesse koordiniert wird. So legt Diamond dar, dass bei rationalen Erwartungen vielfache stationäre Wirtschaftsgleichgewichte existieren. Dies unterstellt, dass eine Volkswirtschaft mit diesem Typ von Handelsfriktion keine einzigartige natürliche Arbeitslosenquote haben kann. Weitere wichtige Forschungsbeiträge Diamonds erfolgten zu den Themen optimale Besteuerung, Arbeitslosigkeit, soziale Sicherheit, die Beveridge-Kurve, die kontingente Bewertungsmethode, der Bestimmung von Gleichgewichtslöhnen, Preisanpassung sowie der Vergleich verschiedener nationaler Sozialversicherungssysteme, BSPW. der USA, Chinas und Chiles. Persönliches. Mit seiner Frau Kate hat Peter A. Diamond zwei Kinder. Werke, Bücher mit Michael Rothschild als Herausgeber, Uncertainty in Economics. Readings and Exercises. Academic Press New York 1978 ISBN 012-214-850-9 Neuauflage Academic Press San Diego 1989 ISBN 012-214-851-7 A search equilibrium approach to other micro foundations of macroeconomics. Mit Press Cambridge, Mass. 1984 ISBN 0-262-04076-X als Herausgeber. Growth, Productivity, Unemployment. Essays to celebrate Bob Solos Birthday. Mit Press Cambridge, Mass. 1990 ISBN 0-262-041-103. On Timer. Lectures on Models of Equilibrium. Cambridge University Press Cambridge 1994 ISBN 0-521-46289-4. Mit D. Lind Ehmann und Young als Herausgeber. Social Security. What role for the future? The Brookings Inst, Washington D. C. 1996 ISBN 0-8157-18357 als Herausgeber. Issues in Privatizing Social Security. Report of an Expert Panel of the National Academy of Social Insurance. Mit Press Cambridge, Mass. 1999 ISBN 0-262-04177-4. Social Security Reform. Oxford University Press Oxford University Press Oxford 2002 ISBN 0-1-9-924-789-7. Taxation Incomplete Markets and Social Security. The 2000 Munich Lectures. Mit Press Cambridge, Mass. und London England 2003 ISBN 0-262-0421-3-4. Mit Peter R. Ossac, Saving Social Security. A. B. N. Steproach. Brookings Institution Press Washington D. C. 2004 ISBN 0-8157-18381. Mit Hannover Z. Ihnen und Y. R. J. J. Janssen 1. Silicieux. Behavioral Economics and Its Applications. Princeton University Press Princeton N. J. 2007 ISBN 978-0-691-12284-7. Mit Nikolas A. B. R. Reforming Pensions. Principles and Policy Choices. Oxford University Press Oxford & New York 2008 ISBN 978-0-19-53-11303. Mit Nikolas A. B. R. Pension Reform A. Short Guide. Oxford University Press New York 2010 ISBN 978-0-19-538-7728. Artikel mit Jalling C., Kuppmanns und Richard T. Williamson Stationary Utility and Tune Perspective. In Iconometrique. Band 32 Nr. 1,5-1964 S. 82-100. National Dead in a Neoclassical Growth Model. In Iconometrique. In Iconometrique. Band 55 Nr. 1,1965 S. 1126-1150. The role of a stock market in a general equilibrium model with technological uncertainty. In Iconometrique. Band 57 Nr. 4 S. 759-776. mit James R. Milley's Optimal Taxation in Public Production. E. Production Efficiency. In American Economic Review. Band 61 Nr. 1,1971 S. 8-27. mit James R. Milley's Optimal Taxation in Public Production. 2. Tax Rules. In American Economic Review. Band 61 Nr. 3 S. 261-278. A Model of Price Adjustment. In Journal of Economic Theory. Band 3 Nr. 2, 1971 S. 156-168. mit Joseph E. Sticklitz in Crisis in Risk and in Risk A Version. In Journal of Economic Theory. Band 8 Nr. 3 Nr. 1,1974 S. 337-360. A Framework for Social Security Analysis. In Journal of Public Economics. Band 8 Nr. 3 Nr. 1,1977 S. 275-298. Waage Determination and Deficiency in Search Equilibrium. In Review of Economic Studies. Band 49 Nr. 2, 1982 S. 217-227. Aggregate Demand Management in Search Equilibrium. In Journal of Political Economy. Band 90 Nr. 5, 1982 S. 881-894. mit Oliver Jean Blanchard. The Beverage Curve. In Brookings Papers on Economic Activity. Band 20 Nr. 1, 1989 S. 1-76. Organizing the Health Insurance Market. In Econometrique. Band 60 Nr. 6, 1992 S. 1233-1254. mit Elder Sheffer und Amos Tversky. Money Illusion. In The Quarterly Journal of Economics. Band 112 Nr. 2, 1997 S. 341-374. Optimal Income Taxation. An Example with a U-shaped pattern of optimal marginal tax rates. In American Economic Review. Band 88 Nr. 1, 1998 S. 83-95. Watchstock Market Returns to Expect for the Future. Punkt. In Social Security Builder. Band 63 2000 S. 38-52. Auszeichnungen. 1980 Mahalano bis Memorial Award. 1994 Nermas Preis. 2003 04 Kilian Award. 2003 Samuelson Award vom TIAA-CREF. 2005 Shinjagla-Four-Preis. 2008 Robert M. Ball Award. 2010 Wirtschaftsnobelpreis gemeinsam mit Dail Mortensen und Christopher Pissarides. 2010 Ehrendoktor der Hebräischen Universität Jerusalem. Mitgliedschaften. 1968 Iconometric Society. 1978 American Academy of Arts and Sciences. 1984 National Academy of Sciences. 1988 National Academy of Social Insurance. American Economic Association. 2018 National Academy of Arts and Sciences.